Hallo meine lieben Drohnenfreunde und moin aus Bielefeld. Wir haben eine super spannende neue Gesetzesvorlage bekommen zur Änderung der Luftverkehrsordnung, die jetzt durch den Bundesrat verabschiedet wurde und in den nächsten Wochen, so wie es aktuell aussieht, rechtsverbindlich werden wird. Was dabei an neuen Verbesserungen gekommen sind, die eben für dich als Drohnenpiloten relevant sind, das gucken wir uns zusammen an. Das sind wirklich super schöne kleine Punkte, die die Arbeit des normalen Drohnenpilotens, egal ob hobbymäßig oder gewerblich, eben erleichtern. Und da gehen wir jetzt einfach mal in den nächsten Minuten Schritt für Schritt durch. Viel Spaß bei diesem Video. Ich werde es nicht so lange auf die Hintergründe des Gesetzgebungsverfahrens in Deutschland jetzt eingehen, weil da würden die meisten von euch dann ehrlicherweise irgendwann einschlafen, sondern auf die Punkte, die für dich als Drohnenpiloten eben spannend und relevant sind. Und prinzipiell, was ist jetzt Hintergrund? Im Laufe der letzten Monate, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ging eben eine Gesetzesvorlage im Ping-Pong-Effekt zwischen dem Verkehrsministerium, verschiedenen Ausschüssen, Bundesrat und so weiter hin und her. Und da wurden verschiedene Verbesserungen noch eingepflegt oder verschiedene Änderungen noch angepasst. Und jetzt haben wir seit zwei Wochen vom 07.05.2021 den Gesetzesbeschluss durch den Bundestag. Das heißt, der Bundestag hat darüber abgestimmt und das Ganze eben dann mit ein paar Änderungen, die vorher schon gekommen sind, abgenickt. Was ist jetzt Stand der Dinge? Stand heute ist es so, dass jetzt in den nächsten Tagen vom Bundestag das Ganze eben auch nochmal final abgestimmt wird. Also erst haben wir Bundesrat, der hat jetzt sein Go gegeben sozusagen. Jetzt kommt der Bundestag Ende des Mai jetzt schon. Und dann geht das noch zum Bundespräsidenten etc. Und wir gehen davon aus, dass das ganze Thema der Luftverkehrsordnungsänderung, wenn nicht irgendwie was dazwischen kommen sollte, in der zweiten bis dritten Juniwoche 2021 auch rechtsverbindlich ist. Das heißt, das, was hier alles drin steht, wird gefühlt zu 99,9% Sicherheit in den nächsten Wochen für euch dann auch anwendbar sein. Sobald es rechtsverbindlich ist, geben wir euch natürlich eine Info, beziehungsweise ihr könnt euch auch bei uns auf der Website unter juro.com auf Newsletter eintragen, wo wir so einmal im Monat ungefähr die neuesten rechtlichen Änderungen, auch neueste Videos zu Drohnen und Fachartikel euch schicken, kostenlosen Newsletter. Guckt euch das an, auch da würden wir veröffentlichen, sobald es dann wirklich komplett durch ist. Vorab, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Folgt uns auf Instagram, da haben wir auch immer neue Sachen zum Drohenthema, auch natürlich schöne Videos, Fotos und so weiter. Und natürlich hier bei YouTube abonnieren. Wir werden in den nächsten Tagen schon, sobald wir 5000 Follower erreicht haben, werden wir ein tolles neues Gewinnspiel veröffentlichen. Und damit ihr da auf der laufenden Seite abonnieren und die Glocke natürlich, dann bekommt ihr immer die neuesten Videos von uns mit. Aber jetzt geht es Vollgas in den Gesetzesbeschluss des Bundesrates rein und ich erkläre euch die wichtigsten Punkte. Der mit deutlichen Abstand wichtigsten Paragraf für die meisten von euch ist der Paragraf 21H der Luftverkehrsordnung, der eben jetzt neu dazukommen wird. Der vor allem eben, früher hieß es Betriebsverbote, jetzt nennt sich eben auch geografische Gebiete. Es sollen ja auch in Zukunft Geozonen kommen, eine Art Flugverbotszonen, die sozusagen vom Verkehrsministerium veröffentlicht werden und die besagen, guck mal hier, dort darfst du bis 30 Meter Höhe fliegen oder dort darfst du gar nicht fliegen, ohne Erlaubnis. Und diese Geozonen werden im Laufe Anfang des nächsten Jahres kommen. Auch da wird es natürlich Infos geben. Aber es sind die sogenannten Betriebsverbote, zum Beispiel was wir immer hatten, 100 Meter Sicherheitsabstand zu Bundesstraßen und so weiter, die sind eben deutlich vereinfacht worden und unter dem Paragraf 21H der Luftverkehrsordnung, jetzt der neue Paragraf, der kommen wird, zusammengefasst. Da haben wir vor allem unter Punkt 3, der Betrieb in den nachfolgenden geografischen Gebieten ist erstmal zulässig. Das heißt, da gibt es eben dann Verbote und da wird definiert, unter welchen Auflagen ich eben doch fliegen darf. Punkt 1, eineinhalb Kilometer Abstand zu jeder Art von Flugplatz. Da steht explizit, die keine Flughäfen sind. Das heißt, jetzt wird, zumindest jetzt im Bereich Drohne erstmalig, dazwischen so wirklich unterschieden, auch wenn es rechtlich natürlich schon lange unterschieden wird. Zwischen Flugplätzen und Flughäfen ist natürlich ein großer Unterschied. Flugplätze, das können Sägefluggelände sein, Sportflugplätze, Sonderflugplätze oder Sonderlandeplätze etc. Und Flughäfen sind eben Verkehrsflughäfen und Sonderflughäfen. Das heißt, vereinfacht alle Flughäfen, wo ich eben Airliner und so weiter habe und alles, was in Richtung Sportflugplätze, Sägeflug und so weiter geht, das würde unter Flugplatz fallen. Also das ist einfach der Unterschied zwischen den beiden Punkten. Guckt euch das online einfach nochmal an, wenn ihr das ein bisschen mehr im Detail sehen wollt. Was da im Endeffekt steht, jawohl, ich habe eineinhalb Kilometer sozusagen Abstand zum Zaun von jeder Art von Flugplatz. Das war auch schon die letzten Jahre immer so. Wenn ich in der speziellen Kategorie schon ein Erlaubnis habe, brauche ich eben keine weitere Erlaubnis. Und ihr habt aber meistens noch keine Sondergenehmigung in der speziellen Kategorie der EU-Verordnung. Das heißt, dann müsste ich die Zustimmung der Luftaufsichtsstelle, Flugleitung und so weiter haben. Das heißt, früher war es so, ich brauchte eigentlich neben der Zustimmung des, ich nenne es mal Towers, das nennt sich Infostand vom Sportflugplatz, brauchte ich eben eigentlich immer noch die Erlaubnis der Landesluftfahrtbehörde. Das ist jetzt weggefallen, sondern es reicht mir die Erlaubnis des Sportflugplatzes vereinfacht aus, wenn ich näher als eineinhalb Kilometer an den Flugplatz fliegen möchte. Also das ist eine kleine, aber feine Änderung. Eine sehr große Änderung, die gekommen ist, die auch definitiv die einzige, ich nenne es mal technisch Verschlechterung, blöd gesagt, darstellt, ist Punkt 2. Wir haben einen seitlichen Abstand von 1 Kilometer zu Flughäfen, also eben Düsseldorf Airport, Frankfurt Airport und so weiter. Also alle größeren Sachen, Flughäfen, seitlich 1 Kilometer Abstand, das ist noch okay, das ist vollkommen entspannt, aber wir haben, da steht ja dann so ein bisschen sperrig drin, eine Verlängerung von 5 Kilometer sozusagen von der Landebahn, ich nenne es mal nach vorne und nach hinten, also die An- und Abflugbereiche werden von der Mitte der Landebahn betrachtet, um 5 Kilometer nach vorne verlängert und 5 Kilometer nach hinten. Und dieser Korridor, der dann entsteht, der hat nochmal einen seitlichen Abstand von 1 Kilometer. Also in den An- und Abflugbereichen der Verkehrsflughäfen habe ich erstmal ein Verbot, außer es steht da, wenn der Betrieb in der speziellen Kategorie stattfindet und der ist ja immer genehmigungspflichtig, also mit einer Genehmigung kann ich das natürlich machen. Ohne Erlaubnis hätte ich aber eben die Verlängerung der Landebahn, in der ich nicht fliegen darf. Macht ja absolut Sinn. Als Beispiel, ich bin ja auch selbst in einer großen Fliegerei unterwegs, wenn ein Airliner mit einem 3 Grad Anflugwinkel, ein A380 auf Düsseldorf Airport anfliegt und der hat zum Beispiel 1,5 Kilometer Entfernung zur Landebahn vereinfacht, dann hat er nur noch 78 Meter Flughöhe, das heißt, das ist gar nicht so lustig für die Piloten, ein bisschen für die Flugsicherheit, wenn da eine Drohne rumfliegt, gesunder Menschenverstand und deswegen wird gesagt, guck mal hier, wir verlängern die An- und Anflugbereiche um 5 Kilometer, machen da so einen Sicherheitskorridor, damit da auf keinen Fall eine Drohne im Anflug von Hamburg, Airport unterwegs ist. Also das nur für Flughäfen, also gibt nicht für kleine Sportflugplätze. Dann haben wir Punkt 3, das hat sich nicht relevant geändert. 100 Meter zu Industrieanlagen, Justizvollzugsanstalt und so weiter ist erstmal anseitigem Sicherheitsabstand einzuhalten, solange ich nicht die Erlaubnis des Betreibers habe. Was aber spannend ist, die einzige Änderung, es steht da, Anlagen der zentralen Energieerzeugung und Energieverteilung. Zentrale Energieerzeugung und Energieverteilung, guckt euch da im Zweifelsfall eine Definition an. Das sind im Endeffekt alle größeren Kraftwerke und so weiter, aber die dezentralen Kraftwerke, zum Beispiel eine kleine Biogasanlage, eine Solaranlage oder auch ein Windpark, fällt da nicht mit rein. Das heißt, das, was früher so Grauzone war, auch von Behörde zu Behörde unterschiedlich ausgelegt wurde. So nach dem Motto, du hast 100 Meter zu dem Solarpark auch einzuhalten oder zur Biogasanlage, das ist jetzt eigentlich zumindest relativ gut definiert worden, indem ich eben sage, nur zu zentralen Anlagen der Energieerzeugung und das ist eben nicht eine kleine Biogasanlage oder sowas. Dann haben wir den Punkt 4 da drüber, Paragraf 21h, der hat sich nicht geändert. 100 Meter Abstand zu Grundstücken von Verfassungsorganen, Länder, Polizeidienststellen, Bundesbehörden und so weiter. Ja, solange die entsprechende Stelle, also die Polizei zum Beispiel dort, nicht zugestimmt hat. Das ist erstmal jetzt nichts Kritisches, werdet ihr auch nicht jeden Tag mit zu tun haben. Das, was super spannend ist, ist der Punkt 5 eben dieser neuen Änderung. Die 100 Meter Abstand zu Bundesfernstraßen, Bundeswasserstraßen und Bahnanlagen, das hatten wir so erstmal, aber ich kann mich davon befreien lassen. Für alle, die da nicht so drin sind, Bundesfernstraßen ist eben nicht nur eine Autobahn, sondern auch jede Bundesstraße, die in der 50er Zone durch die Kölner Innenstadt geht, ist rechtlich immer noch eine Bundesfernstraße. Und damit habe ich das schnell mal zu tun. Wenn ich als Dachdeckermeister irgendwie ein Gebäude inspizieren soll oder was auch immer vorhabe, komme ich schnell mal in Richtung der Bundesstraßen, Bahntrassen und so weiter. Unterpunkt A, wenn ich eben eine spezielle Risikobewertung durchgeführt habe und eine Erlaubnis habe, also in einer speziellen Kategorie arbeite, darf ich das machen. Das ist jetzt, wie gesagt, für die meisten von euch nicht relevant. Punkt B, ich kann die Erlaubnis des Betreibers haben. Bei den Bahntrassen wäre es die DB Netz AG typischerweise. Oder Punkt C, und das ist das Spannende für euch, es gilt pauschal die sogenannte 1 zu 1 Regelung. Egal für wen, auch für den Hobbyflieger. Die Höhe des Fluggeräts über Grund ist immer kleiner als der seitliche Abstand zur Infrastruktur. Das heißt, vereinfacht Höhe gleich Abstand, technisch 45 Grad Winkel. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mein Häuschen neben der Bundesstraße habe, ich möchte bei mir im Garten fliegen und ich habe 15 Meter Luftlinie zur Bundesstraße an Abstand, dann dürfte ich bis 15 Meter Höhe auch fliegen. Also Höhe gleich Abstand zur Bundesstraße, zur Bahntrasse und so weiter. Und damit kann ich wirklich 99 Prozent der Projekte und der Anfragen auch abwickeln. Oder als Hobbyflieger habe ich zumindest da ein bisschen mehr Freiheiten. Auch in der Rehkitz-Rettung zum Beispiel, ich bin da jetzt gerade in der Saison unterwegs, mit meiner Mavic Advanced oder welcher Drohne auch immer. Da habe ich dann eben die Möglichkeit, zum Beispiel in 30 Meter Höhe, müsste ich nur 30 Meter Abstand zur Bundesstraße, die einmal quer durch mein Revier läuft, einhalten und könnte mit einem etwas seitlichen Kamerabild sehr gut auch die Randbereiche meines Feldes abfliegen, ohne rechtlich eine Genehmigung zu benötigen. Punkt D, im Bereich Bundeswasserstraßen. Also ich möchte gerne für einen Filmflug über den Rhein fliegen, weil es so toll, schön, romantisch aussieht und so weiter. Da habe ich dann eben die Erlaubnis, ich darf in über 100 Meter Höhe, solange ich jetzt nicht zu nah an Schiffen, Schleusen und so weiter unterwegs bin, auch über die Bundeswasserstraßen queren und müsste nicht den Abstand halten. Also es gibt einen Korridor zwischen 100 Meter und 120 Meter Höhe. In der Höhe dürfen wir fliegen. In der Höhe darf ich eben auch über Bundeswasserstraßen mit ein paar Auflagen fliegen. Ähnlich ist es bei dem Punkt 6. Naturschutzgebiete und Nationalparks und so weiter. Prinzipiell, da ist das alles nochmal definiert. Was fällt denn da drunter, was fällt nicht da drunter? Das jetzt auch nicht im Detail. Was wichtig ist, Ende des ersten Absatzes, Punkt 6. Das, was jetzt kommt, ist mit Ausnahme von Nationalparks. Das heißt, das, was ich jetzt erzähle, gilt vereinfacht nur für Naturschutzgebiete und ähnliche Gebiete, aber nicht für den Flug in Nationalparks. Ich darf im Naturschutzgebiet fliegen. Erstens, Punkt A, wenn ich nicht rein hobbymäßig fliege, das heißt, wenn ich nicht mehr nicht rein für Sport und Freizeit fliege, das heißt, da sagt der Gesetzgeber, naja komm, ganz ehrlich, wenn du hobbymäßig fliegst, dann will ich nicht, dass wir riskieren, dass du da, keine Ahnung, die Bodenbrüter verscheuchst oder sowas. Und es muss halt schon sozusagen notwendig sein. Was jetzt notwendig ist, ist natürlich große Auslegung. Ich muss in über 100 Meter Höhe fliegen, Punkt B. Also auch wieder der Korridor 100 bis 120 Meter Höhe dürfte ich über das Naturschutzgebiet rüberfliegen. Und dann Punkt C, ich muss mir als Pilot, als Fernpilot, den Schutzzweck angucken. Also wofür ist denn das Naturschutzgebiet eingerichtet? Ist das für Schalenwild? Ist das für Bodenbrüter? Ist das für was auch immer für, ich nenne es mal Viecher, böse gesagt, eingerichtet? Und muss angucken, ja, was brüten denn da für Tiere und so weiter? Und wie sorge ich dafür, dass da nichts passiert und keiner verscheucht wird? Und es ist Punkt D, unumgänglich muss es sein. Das heißt, rein, wie gesagt, zum Spaß an der Freude oder so, wäre es nicht möglich, über ein Naturschutzgebiet zu fliegen. Aber wenn es irgendwie für meine Filmproduktion oder so halt wirklich notwendig ist, dann darf ich das machen. Schön, dass du so lange durchgehalten hast. Es kommen nur noch wenige Punkte und dann haben wir alle wichtigen Themen der neuen Änderungen uns angeguckt. Und nämlich, was super spannend ist, sind die Wohngrundstücke der Punkt 7. Da gilt ja kein Abstand. Das heißt, nach wie vor dürfte ich mal, blöd gesagt, unter ein paar anderen Auflagen auch noch, bis auf einen halben Meter an mein Nachbargrundstück heranfliegen. Aber wenn es ein reines Wohngrundstück ist, also ein kleines Einfamilienhäuschen oder mehr Parteien-Studenten-Wohnblock oder sowas, fällt das unter die Definition des Wohngrundstückes. Und da dürfte ich auch über den Nachbargrundstücken vereinfacht fliegen. Punkt A, entweder, logisch, wenn der Nachbar oder der Mieter, das sind dann die Nutzungsberechtigten, also Eigentümer oder Mieter, wenn die eben dem Flug zugestimmt haben, natürlich ist klar, dann darf ich auch drüber fliegen. Punkt B, alternativ, wenn meine Drohne unter 250 Gramm wiegt und aber auch keine Kamera an Bord hat, also eine Mavic Mini wäre da nicht möglich, sondern wirklich nur eine kleine Spielzeugdrohne oder einen Papierflieger könnte ich einsetzen. Dann bräuchte ich auch nicht die Erlaubnis des Nachbarn. Und Punkt C, wenn ich wieder in über 100 Meter Höhe fliege, 100 bis 120 Meter Höhe und A, dass ich eben aussagen muss oder definieren muss, dass ich die Erlaubnis der Eigentümer oder der Nutzungsberechtigten in nicht zunutbarer Weise einholen kann. Das heißt, wenn da ein Einfilm in der Häuschen steht und ich einmal klingeln könnte, dann sagt der Gesetzgeber zu Recht, guck mal hier ganz ehrlich, da kannst du auch einmal kurz die Tante Emma als Nachbarin fragen und dann geht's los. Aber wenn es nicht zumutbar ist, also das ist auch Auslegungssache, aber gefühlt, ich habe da mehrere riesen Wohnblöcke, wo ich gerade eine Filmproduktion machen möchte und es kann sein, dass ich da mal drüber fliegen muss. Und da sind 40 Parteien drin oder so, dann ist es halt einfach technisch und praktisch nicht mehr wirklich möglich, weil einer ist im Urlaub und so weiter, da die Zustimmung von allen Nutzungsberechtigten, also Parteien einzuholen. Und dann soll das schon eben nicht mehr zumutbar sein, da dürfte ich auch drüber fliegen, ohne die Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigten zu fragen. Punkt B, ich müsste alle Vorkehrungen treffen, natürlich, dass ich nicht in den höchstpersönlichen Lebensbereich, Privatsphäre und so weiter, der Person eindringe, das ist klar. Also da die Finger weg von irgendwelchen Bildern und so, die man da groß von Personen macht, das ist alles logisch. Das gilt so oder so. Punkt C, ich darf nur tagsüber sozusagen fliegen, also zwischen 6 und 22 Uhr, aber eben nicht nachts. Das ist auch klar, dass keiner will, dass irgendwie um 23 Uhr nachts eine Drohne bei sich vorm Schlafzimmerfenster rumfliegt. Das ist auch gesunder Menschenverstand. Und Punkt D, eben, dass ich in Richtung Lärmschutz mir Gedanken mache, das heißt eben nicht eine riesen 25-Kilo-Drohne jetzt vielleicht morgens um 6 da rüberheizen lasse über das Wohngebiet, sondern natürlich da gucke, jawohl, eine kleine Drohne, 100 Meter Höhe, relativ leise und auch da keine Lärmbelästigung entstehen kann. Also unter diesen Auflagen darf ich auch ohne Erlaubnis der Privathäuschen-Eigentümer sozusagen da rüberfliegen. Also wenigstens eine kleine Erleichterung für diejenigen, die sagen, ah, ich muss aber öfter mal tiefer da rüberfliegen und so weiter. Da gibt es definitiv Möglichkeiten, in der speziellen Kategorie auch für die anderen Verbote Erlaubnisse einzuholen. Wir machen sehr, sehr viel Genehmigungsverfahren dafür, unterstützen euch gerne dabei. Also da gerne auch fragen, wenn ihr da spezielle Genehmigungen braucht, da haben wir wirklich viel Erfahrung mittlerweile. Auch wenn alle Beteiligten, wir sowie auch die Landesluftfahrtbehörden, wie auch das Luftfahrtbundesamt, sich auf diese ganzen Änderungen jetzt erst einstellen mussten und einstellen müssen, dass es schon ziemlich viele Sachen, die sich in die Genehmigungsverfahren geändert haben, auch definitiv leider mehr Papierkram geworden ist. Wenn man durch ist, ein Riesenvorteil, ich habe dann eine EU-weite Genehmigung und habe keine wie früher Landesgenehmigung. Das heißt, wenn ich in NRW die Erlaubnis habe, muss ich noch in Niedersachsen die Erlaubnis einholen. Das ist an sich zu ziemlich allen Genehmigungen ist das Entfallen. Es ist eben EU-Recht und damit kann die Genehmigung auch im Normalfall auch europaweit gültig sein. Dann ein paar einfache Punkte. Punkt 8, über Freibädern, Badestränden und so weiter sollst du bitte die Finger von lassen und darfst eben nur außerhalb der Betriebszeiten fliegen. Also eben nicht am Nachmittag, am Samstag, wenn da alles voll ist im Freibad. Das ist klar, so oder so. Alleine aus gesundem Menschenverstand sollte man das lassen. Aber außerhalb der Betriebszeiten dürfte ich da, wofür auch immer, drüber fliegen. In Kontrollzonen dürfte ich fliegen, wenn eine Flugverkehrskontrollfreigabe, eben zum Beispiel, wenn ich in Dortmund Airport fliegen will, von der DFS Aviation Services, also Tochterfirma der deutschen Flugsicherung, eingeholt wurde. Also von den Kollegen, die im Tower sitzen, das muss nicht nur die deutsche Flugsicherung sein. Sie ist auch die Auszugkontroll in Deutschland, auf Sylt und so weiter im Tower und eben die andere Tochterfirma, die Aviation Services. Das sind die drei Stellen in Deutschland, die eben die Flugverkehrskontrollfreigaben für zivile Kontrollzonen von Flughäfen durchführen, also Verkehrsflughäfen. Punkt 10. 100 Meter Abstand zu Krankenhäusern, solange ich nicht die Erlaubnis des Eigentümers habe. Das war nämlich früher auch nicht so. Das war ein Fehler im Gesetzgebungsverfahren bei der letzten Luftverkehrsordnungsänderung. Und da war es eigentlich auch Erlaubnisse Landesluftfahrtbehörde und so weiter. Das war ein bisschen unklar. Jetzt steht explizit drin, jawohl, natürlich darfst du auch als Dachdeckermeister auch übers Krankenhaus fliegen, wenn du vom Klinikum sozusagen die Erlaubnis hast. Also auch logisch und einfach. Punkt 11 unten, auch nichts Kritisches. 100 Meter zu Unfallorten, Behörden, Einsatzorten und so weiter, militärischen Themen. Also wenn da jetzt ein Verkehrsunfall ist, natürlich fliege ich nicht mit meiner Drohne da dran. Bitte haltet auch eigentlich mehr als die 100 Meter Abstand, weil es kann ja durchaus sein, dass der Rettungshubschrauber da durchfliegt. Und da sollte ich mit meiner Drohne dann möglichst nicht in der Nähe sein. Also das auch für euch wahrscheinlich nicht so wirklich kritisch. Es sind dann noch weitere Punkte, die da definiert sind, dass eben das Verkehrsministerium die geografischen Gebiete definieren wird und so weiter. Das ist aber für euch jetzt erstmal weit weg und jetzt nicht wirklich relevant. Es sind auch die Zuständigkeiten geregelt worden, dass eben die Landesluftfahrtbehörden für einige Formen der Betriebsgenehmigung zuständig sind. Das Luftfahrtbundesamt, zum Beispiel für Standardszenarien und das sogenannte LUC, also die große Betreiberzertifizierung, mir Genehmigungen oder Zertifizierung in der speziellen Kategorie geben kann. Und das Verkehrsministerium wird eben geografische Gebiete ausweisen und auch einige andere Sachen natürlich im Hintergrund dort machen. Das aber jetzt nicht im Detail erklärt, das wäre dann für die meisten von euch nicht so wirklich spannend. Wie gesagt, bei Hilfestellungen, Fragen zu Genehmigungsprozessen helfen wir sehr gerne. Das, was auch kommen wird, ist, dass der A1 und A3-Schein und auch die Ausstellung des A2-Scheins kostenpflichtig wird. Das wird nichts Relevantes sein, aber wird ungefähr 25 bis 30 Euro kosten. Das heißt, kleiner Tipp, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, A1 und A3-Schein kann ich ja aktuell noch die nächsten Wochen zumindest kostenlos beim Luftfahrtbundesamt machen. Wird wahrscheinlich in Richtung Juni, Juli, sobald alles durch ist, dann auch kostenpflichtig werden. Und deswegen macht das, schadet ja nicht, dann habt ihr es schon mal in der Tasche. Fünf Jahre Gültigkeit, alles ist super. Dann gibt es ja den A2-Schein, den ich ja bei der Mavic zum Beispiel brauche, wenn ich eben näher als 150 Meter an Wohngebiete, Gewerbe und so weiter heranfliegen will. Also ich will als Dachdecker oder als Hobbyflieger im Stadtgebiet, im Wohngebiet und so fliegen. Dann brauche ich bei dem Bestandsdrohnen das A2-Fernpilotenzeugnis. Wir sind eine der größten Prüfungsstellen für das Thema, für das Luftfahrtbundesamt. Und natürlich, wenn ihr da Interesse dran habt, macht das gerne bei dem Besten. Das wahrscheinlich sind es wir. Aber ansonsten, wir haben auch ein paar Videos, wo wir uns mit anderen Anbietern vergleichen. Auch ganz klar euch die Vor- und Nachteile aufzeigen. Da sind wir sehr entspannt und jeder hat seine Vor- und Nachteile. Jedes Produkt und jede Leistung. Und wenn ihr sagt, guck mal hier, die Jungs sind gar nicht mal so dumm und ich traue denen das zu, dass die uns helfen, durch die Prüfung zu kommen, dann haben wir Präsenz- und Online-Prüfungen und haben auch aktuell, wenn wir eine Rabattaktion haben, haben wir das unten auch in der Beschreibung verlinkt. Guckt das einfach an. Dann habt ihr einen Rabattcode und könnt den eingeben im Shop und könnt dann euren A2-Schein online oder offline, wie auch immer, ablegen. Und habt den auch in der Tasche. Könnt euch zumindest die 30, 40 Euro an Ausstellungsgebühr, die jetzt in einigen Wochen kommen wird, dann schon einfach sparen. Schadet ja nicht. Könnt ihr Döner kaufen gehen und alles ist super. Ja, das sind die allerwichtigsten Themen. Natürlich gibt es auch noch ein paar andere Details, die für spezielle Anwendungen relevant sind. Aber es ist schon lang genug. Ich wollte euch nicht zu sehr mit trockener Rechtslage, ich nenne es mal stören. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht, war nicht zu langwierig. Wie gesagt, abonnieren auf jeden Fall. Kommt ein tolles Gewinnspiel in den nächsten Tagen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleibt gesund. Viel Spaß mit euren Drohnen. Bis zum nächsten Mal.